Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch mal wieder ein Buch für die etwas älteren Kinder zeigen und zwar das total verrückte Leben der Lea Olivier. Das ist ein E-Mail und Chat-Roman und es geht hier um das Leben der Lea, die plötzlich durch den Umzug ihrer Familie in eine 400 Kilometer entfernte Stadt komplett am Durchdrehen ist, weil sie sowohl ihren Freund Thomas als auch ihre beste Freundin Lou nicht mehr bei sich hat und für sie somit das Leben eine einzige Katastrophe ist. Das Buch wird ab zehn Jahren empfohlen, es hat insgesamt 312 dünne Seiten, kostet 12,90 Euro und ist aus dem 360-Grad-Verlag. Ja, Lea versucht den Kontakt durch E-Mails und Chat-Nachrichten aufrechtzuerhalten, doch schon zu Beginn wird es mit Thomas schwierig, da dieser gar kein Handy hat und auch sonst sagt, dass sein Leben nun mal hier weitergehen muss und er sich auch auf die Schule konzentrieren muss. Das macht, dann macht sich auch noch ihre beste Freundin für eine Woche zu einem Campingurlaub auf, ohne Internet natürlich und Lea fühlt sich komplett alleingelassen. Ja, doch wie sie sich in dieser neuen Stadt zurechtfindet und wie es mit ihrer Freundin und Thomas weitergeht, will ich gar nicht so arg weiter verraten, soll ja auch spannend bleiben. Nur so viel, ja, meine ältere Tochter hat das Buch wirklich verschlungen und hatte sehr viel Freude damit. Ein absolut unterhaltsames Buch in Teenager-Sprache, sage ich mal, die, wie gesagt, als E-Mail und Chat-Kommunikation dargestellt wird, was einigen Teenies vermutlich sehr zusagt, denke ich. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gern einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut! Und dann geht's gut!